Am 30. Juni fand nun schon zum 30. Mal der weit über die Grenzen der Oberlausitz hinaus bekannte Reibauer Bier- und Traditionszug statt. Traditionell wird er am letzten Juni-Sonntag vor dem geschichtlichen Hintergrund der einstigen Bierfäde zwischen den Städten des ehemaligen Oberlausitzer Sechsstädtebundes Görlitz, Löbau und Zittau veranstaltet. Markenzeichen des Reibauer Festumzuges sind die vielen Pferde. Sie ziehen zwei, vier und zum Teil sogar sechs schwennige Festwagen und kommen auch beritten zum Einsatz. Gezeigt werden auch historische Bilder aus der Geschichte der Oberlausitz und der Bierherstellung. Zum Bierzug gehören auch Blaskapellen, Spielmannszüge und Mitglieder der ortsansässigen Vereine, sowie natürlich das Bier, das von den Festwagen an die Zaungäste und Zuschauer verschenkt wird. Untertitelung des ZDF, 2020